Es gibt Tage, da ist der Wilde Westen. Wir werden dieser Stadt zeigen, wer die Dark Cores sind. Mal wieder so richtig wild. Aber egal, wer hier den Coy zieht. Ein Cowboy bleibt immer total cool. Lucky Luke, oh, dieser Lucky Luke. Lucky Luke, ab 27. Dezember, 14.15 Uhr. Auf ProSieben.